Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem wundervollen neuen Part auf diesem Kanal. Dieses Mal direkt vom Questgeber aus, weil wir offline hingelaufen sind. Gern, Roberts? Tut nur so. Okay, gute Antwort. Und ich hab die Quest auch schon angenommen. Wir müssen erstmal Lava von oben holen, weil ich mich recht entsinne. Vom Berg und dann muss dann niederbrennen. Jo. Dann gehen wir mal zum Meerhunden. Oh, und da ist so ein richtig behindertes Jump'n'Run auch mit drin. Dass ich nicht leiden kann. Ich, na zumindest nicht, wenn man sich teleportieren kann, so wie ich. Cheetah. Neue Regel, du darfst dich bei Jump'n'Runs nicht teleportieren. Neue Regel. Ich werde mich teleportieren, wenn du nicht teleportierst. Während der Aufnahme, dass du bei Jump'n'Runs nicht teleportieren. Verstanden? Das ist keine Bitteslosenbefehl. Stirb, Spinne. Zack. Weg. Never come back. Ist das alles, was ihr könnt, ihr Spinnen? Einfach nur sterben. Ja, du mach mal. Ich renne einfach durch. Ich kann haben Bock, die ganzen Spinnen zu killen. Und das klingelt. Und ich kann grad nicht aufmachen. Yay. Ach, warte mal. Ich bin der Einzige, der hier ist, glaube ich. Oder? Ach, keine Ahnung. Jetzt merken wir es nochmal klingelt. Da muss ich kurz aufstehen. Ach, Mann. Weil ich dich dann ab kurz beschützen. Ach, die können... Okay, warte kurz. Ich stelle mich kurz in die Ecke und mache die Tür auf. Ach, Gott. Mitten in der Aufnahme. Ernsthaft jetzt? Mann. Ich hoffe, der Bärte Korollen hat jetzt einen Schnittbuch. So. Sorry, Leute. Ich muss die Tür aufmachen, weil keiner es sonst macht. Ich habe aber keinen Bock zu schneiden. Alter, ist jetzt einfach drin. Das ist doch egal. Das ist das Jump'n'Rung, was das nicht leiden kann. Fuck. Ja, jetzt ist es. Und, ja, ich bin einfach direkt in den Tod gesprungen. Genius. Ja, was ist los? Wieso ist es hier so schwarz? Was ist... Was passiert hier? Hä? Ich glaube, ihr habt das Spiel kaputt gemacht. Oh Mann, was ist hier los? Das war das letzte Mal nicht. Ah, jetzt. Ne, das ist... Dein fucking Ernst? Du schubst mich einfach nach unten. Ist das dein Scheiß-Ernst? Ja. Mann. Wieso habe ich hier eigentlich so ein 24er-Potion? Oh, bist du auch runtergefallen? Supi. Nein! Und, bist du mit oder ohne Teleportieren runtergefallen? Hä? 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 Ja, und das war der Grund, warum ich runtergefallen bin. Weil ich mich teleportiert habe. Oh, deswegen sagte ich ja... Du sollst dich nicht teleportieren bei Jump'n'Runs! Oh, scheiße, feststellt hast du. Mann! Scheiß-Einrast-Funktion! Mann, jetzt ist hier einfach das ganze Video langen Schwarzbild für Wasser, der schreit. Allein fang ich sie mir, ich kenne die Gebar. Okay, ich kann auch mich nur die ganze Zeit von innen sehen. Och, richtig merkwürdig. Hör auf, Pokémon zu sägen. Gott! Trink gleich Ketchup, wenn das so weiter geht's. Boah, ich hab hier wirklich eine Ketchupflasche liegen. Hier, äh, warte mal, jetzt kannst du ja mal so in die Kamera zeigen. Oh, okay. Ja, endlich! Jetzt fall runter! Danke. Ein, zu faul. Ja, jetzt muss ich warten, bis das Ganze... You fail! Danke. Wenn du verkackst, verkack ich auch. Gut zu wissen. Äh, wieso sind wir eigentlich da gerade gespawnt worden, weil wir eigentlich nicht spawnt sollten dürfen? I don't know. Drei, zwei, eins, los, spring voraus. Spring hinterher. Nein! Och, Mann! Ja, toll, ich bin nie runtergefallen. Woo! You failed! Mann, das ist jetzt das... Kannst du das machen? Gott. Och, Mann! Ich falle mal runter wegen der Höhenänderung. Schon wieder. Das gibt's doch nicht. Hast du's geschafft? Ja, finde ich. Ja. Ja, toll, ich schaff's aber nicht. Ich bin gut und du nicht. Ist das dein scheiß Ernst? You failed! So, jetzt kann ich's hinkriegen. Jetzt bist du nicht mehr hier, jetzt kannst du mir nicht mehr auf den Piss gehen. Ja, wenn auch bist du... Zack. Okay. Geschafft. First try. First try, alles first try. Oh, Gott. Lass man hier den Torschen ran pfeffern. so erst mal direkt in ganzem wochen mal wählen kommen wir jetzt machen sondern zurück dann jetzt nach unten auch vielleicht noch mal in den kurschen wollen ich habe keine full life und der war ganz allein fang ich lieb hier ich streite mich durch das wird bereit und suche weit und weit Digger nicht die Version des Liedes bitte vor allem nicht auf YouTube also ich gehe mal zum Dungeon Dude wo bist du eigentlich jetzt schon wieder hin auf dem Weg nach Betania City nervige Spinnen einfach Unsichtbarkeit passt schon so ich gehe mal in den Dungeon rein und schieben so ich bin im Dungeon drin wo bist du ich komme gleich eigentlich wollte ich gerade nach dem Demberack meine Dungeon Keys holen aber ok 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 26.000 ist nicht das Problem es kommen dauerhaft irgendwelche machen aber dementsprechend auch Schaden ich bin im Dungeon aber ich weiß nicht aber ich weiß nicht ich habe mir die Kulung ich habe mir die Kulung aber ich habe mir die Kulung auf dem Weg nach dem Weg zu Auch wenn es so Nervengeschoss spinnt. Mann! Green Ocean! Multigale! So, ich habe jetzt schon 19 Stück. Und du? 15. Was ist los? Joddle! Ich muss mal direkt Potion reinpfeffern. Nein, ich will mich nicht duellieren. Vor allem nicht mitten in einem Dungeon. Genius, ey. Da oben. Nicht meine Schuld. Oh, verdammt. Vor allem wäre ich das zu lieben. Du, 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 du. Du machst eigentlich die Eile nicht kaputt. Voll flaschig hier. So, try not to hold your jump button when bouncing. Ah, super. Ich will spring direkt daneben, erstmal. First try. Äh, ich bin schon fertig, ne? Ich bin die ganze Zeit daneben. Wow. Wow. So. Mach mal. So. 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 Ich bin einfach gegen die Wand geknallt. Wo soll der Scheiß? Ach, du musst da dich kurz raufbouncen lassen. Na, nur rüber. Ach, echt jetzt? Meinst du, was ich mache? Deswegen bin ich ja gegen die Wand geknallt, du Schlaumeier. So. Ich bin da ordentlich nassen. So. So. Schuft. Digger! Hast du das gesehen? Der letzte. Ja. Ach, du hast zwei geschafft, ne? Nigger! Mann! Ich geh das auf. Was soll denn der Scheiß? Hast du solche Parcours-Ding-Quatsch, ey? Ach, geht doch. Geschafft. Mann, ist das nervig. Ja. Oh. Bilanz hätte ich gerne. Oh. 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 Nós muss man ja auch noch springen, überhaupt voran zu kommen. Wow! Wow, 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 wow.. Er, guck, ich renne einfach hoch. Sag was, sag beruhig dich! Ach, 20 Toten für dieses Mal nur. Ja. Ich hätte einfach nur durchlaufen müssen. Hat einen. Gut, gut. Ja, da stand gerade, hold 0, hold 2, oh ja, ja. So, hold 0 und hold 2. Wie lange musst du diese Teile da halten, damit die Teile da zugehen? Also ich habe 13, wie viel was du? 5. Ich korrigiere mich, 9. Sattel. Und rein damit. So, geh auf. Och, ernsthaft jetzt? Juhu, was steht denn da jetzt schon? Ich kann diesen Dungeon nicht leiden. Dein fucking Ernst. Geht doch, super, geschafft. Und irgendwie wird der Hintergrund lang so dunkel. Sollte mal das Licht anmachen. Ja, so ging. Ja. Warte, kürzt Leute, ich mach mal kurz das Licht an. So, ich mach mal, das ist jetzt nicht zu hell. Ich bin schon mal auf dem Weg, ich muss grad das Licht anmachen, aber sonst sieht man nichts in der Facecam. Oh Gott, das Video geht ja jetzt schon 16 Minuten wieder. Ja, Dungeon, Dungeon, du noch mehr Dungeon, du noch mehr Dungeon, du nennst. Ich joddele erst mal Manna regenerieren. Oh, ich habe zwei Stäbe für dich. Komm rüber. Äh, ich warte. Oh, ich hab's. Oh, nice. Danke. Beide gebrochen, doch. Ich mir jedes Mal eine Ehre mit ihm geschäft zu machen. Erstmal unsichtbar. Nur für wie lang. Wo ist denn der? Da ist er. Das ist der Boss. Na, wo ist er jetzt, ne? Wuhu. Und level 23. Wir haben 4.000 XP gekriegt. Nice. So, wir troffen ein bisschen und ein bisschen mehr auf Defense. Schadet nie. Wuhu. Ach so, da fällt mir grad ein, ich muss noch, äh, Steli Rewards abholen. Wuhu. Und das brauch ich nicht, hm? Wuhu. Ich hab's trotzdem gekriegt. Zu viel. Ähm, ja, die Folge ist gleich zu Ende. Was wollen wir jetzt noch die letzten zwei Minuten machen? Rennen. Hör auf, weg zu rennen. Bleib stehen. Ist das ein... Ja, mh, sehr fair. Vor allem, meine Skills haben einfach nicht funktioniert. Weil wenn ich RL drücke, dann macht er so ein Multi-Hit-Spell. Aber der funktioniert irgendwie nicht immer. Das ist so unfair, sonst hat es gewonnen. Eindeutig. Ja, eindeutige Zweideutigkeit, ne? Psst. Egal. Äh. Ah, hier gibt's ein Portion in Deutschland. Wann stirbt Conan? Was laberst du? Stirb Conan! Conan. Wieso sollte ich dir das sagen? Wow, Potions kann ich jetzt noch voll gebrauchen. Ich hab jetzt eins, zwei, drei, vier Hunderter-Potions. Die sollten erstmal reichen. Ich hab nur 533 Leben. Und ich kann halt die Hunderter-Potions je dreimal nutzen, also... Ja. Ich hab mehr Leben als ich. Ich würd mal sagen, lass zurück nach Detlas. Wie wär's? Zurück nach Memrak. Ich hab aber nur eine Detlas-Teleportation-Scroll. Also gehen wir jetzt nach Detlas. Ich hab überhaupt keine Teleportation-Scroll. Ich geh nach Detlas, bis gleich. Uh! Ich bin in Detlas, wo bist du? Erstmal Item Identifier. Oh, jetzt... Irgend so ein Vollidiot hat dann ganz crappy abgeladen. Weg damit. Uh! Nette Rose. Äh, Schuhe meine ich. Mana und Health Regeneration. Das gibt Mana, Spell und Walk Speed. Ah, danke, tschüss. So, Kacke. Kacke. Hm. Kacke. Oh, Nette Rose. Trotzdem schlechter als Mana aktuell. Mann! Gut. Tja, dann muss ich das reinpacken, was reinpacken. Äh, ja, das kann ich nicht. Ja. Wie viel kostet das? 41 Ambulat Schnur. Mal sehen, was bekommen wir denn? Uh! Okay, interessant. Ja, schuhe. Und das? Ich kann sie... Uh! Plus 20 Live-Steal alle vier Sekunden. Plus 10% Millidamage und minus 3 Health Regeneration. Ja, das ist ja mal interessant. Tja. Hm. Ja, ich glaube, das ist meine aktuelle besser. Schödele. Was ist besser? 13 bis 34 ist ja schon mal schlechter als die. Live-Steal ist ja besser. Die hat 10% Millidamage. Ah, nein, die ist schlechter. Gut, dann habe ich noch ein paar Sachen zum Verkaufen. Auch gut. Dann verkaufen wir das Zeug noch. Und dann beenden wir die Folge, würde ich mal sagen. Okay? Okay. Solle. Weg damit, weg damit, weg damit, weg damit, weg damit, weg damit, weg damit. Weg damit, weg damit. Ja, und... Memory-Blog. Okay, ich würde mal sagen, das war's mit der Folge. Und ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wenn nicht, ist es eure Sache. Aber ich hoffe, sie hat euch gefallen. Und würde sagen, ciao. Bis zum nächsten Mal.